Der FC Magdeburg gewinnt zu Hause gegen Kreuter Fürth und das sind drei ganz, ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Magdeburg muss alles mitnehmen, was sie kriegen können. Fürth sollte eigentlich mittlerweile weiter oben sein von der Qualität, die sie eigentlich haben, sind aber mittlerweile letzter. Und das ist, glaube ich, nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Magdeburg ist in Führung gegangen durch Piccini in der 38. Und das ist eine ganz, ganz kuriose Geschichte. Der ist noch nicht mal eine Woche in Magdeburg, hat vielleicht ein oder zwei Mal mittrainiert und macht gleich sein erstes Tor, also GG. Und der ist ja Verteidiger, also ganz, ganz starke Leistung. Ja, Fürth hat dann ausgeglichen, nur ein paar Minuten später. Das kam aber ehrlich gesagt wie aus dem Nichts, weil Fürth war eigentlich kaum Anwesen, hat kaum etwas auf die Reihe gekriegt durch Michalski dann ausgeglichen. Bitter für Magdeburg, weil sie ja kurz davor in Führung gegangen waren. Und in der zweiten Halbzeit Magdeburg, in meinen Augen, immer besser gewesen, immer den Ticken besser. Hatten mehr Schüsse, hatten mehr Ballbesitz und sind dann auch durch Quarteng in der 86. Mit 2 zu 1 mehr als verdient in Führung gegangen und haben diese drei Punkte dann ins Ziel gerettet. Wichtig für Magdeburg, die sind jetzt erstmal raus aus den Abstiegsrennen. Für Fürth wird es immer bitterer. Der Absteiger hat noch nicht einen Saisonsieg. Es wird richtig, richtig schwer, glaube ich, für Kreuter Fürth dieses Jahr noch weiter nach oben zu kommen. Ich denke, dass sie sich eventuell fangen werden und nicht absteigen. Aber es wird eine ganz, ganz schwierige Saison werden und beziehungsweise bleiben für Kreuter Fürth. Aber nochmal Glückwunsch an Magdeburg für den Sieg. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao, haut rein!